So Leute, pack mal, legt mal los hier, pack mal. So, heute zurück, trainen wir wieder. Starten wieder. So Leute, ich hoffe, ihr wisst genau, worauf ihr euch gehalten habt. So Leute, wir hatten eine Bayern-Matte drinnen mit mir, da kommt so schnell die Spieler rauf, ja? Die einen meint nicht mehr wollen, das ist ja noch okay. Aber die anderen jeweils nicht mehr können. In diesem Viertel sprechst wir ja jetzt jetzt gewählte, mit der Schöte, Rotte! Oh mein Gott! 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 Alter, Alter! Das ist jetzt ein scheiße Kind! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist jetzt erschwert! Ja, behave dann! Nee, sch sponges. Oh. Mach dir Augen zu. Oben. Danke schön! Anderfone Das war's. mit Damo, 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 Damo. Kindlich, auch gut. Oh, ist doch schön! Wir haben noch keine Saison. Eine Saison. Eine letzte Saison. Komm, auf! Gewöne! Eine schöne Saison. Wieder alle, wieder alle. Let's go! Tempo! Jawoller! Das war's für heute. So, vertauern wir die Unterbrüche, alle sind in der Ruhe. Das ist die Erste für die Schande, wir lassen sie wieder treffen. Und die Bügel aus, die Bügel einfach nur über den Kopf, nach oben zurück, die ganze Zeit.